Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum zweiten Teil meiner Horse Reality Namib Wüstenpferde Vorstellung. Ich hatte ja gesagt, ich splitte das ein bisschen und stelle euch dann in einem extra Video die restlichen Pferdchen vor. Das tun wir jetzt und ich will auch gar nicht lange quatschen, damit es halt eben gleich losgehen kann. Wir starten mit diesem Hengst hier. Ein wunderschöner brauner Hengst. Namen werde ich mir alle noch ausdenken für die Pferdchen. Da seid auf jeden Fall gewiss, aber da bin ich noch nicht zugekommen. Wir haben zwei Good Plus, fünf Good, drei Average und zwei Below Average. Das ist jetzt nicht ganz so toll, aber bei einem GP von 615 habe ich ihn erstmal dagelassen. Und ja, auch wegen dieser Farbe hier, die mit drin ist und hoffe, er wird sie so ein bisschen weitergeben. Er ist ja selber hier relativ dunkel nochmal gefärbt an dem Beinchen und das, ja gut, hat sie auch, aber vielleicht gibt das ja weiter die schöne Farbe und deswegen durfte er erstmal bleiben. Passend dazu jetzt optisch die Stute. Mal eben gucken. Ne, 174. Ne, alles klar. Gut. Ich dachte jetzt, das wäre die Mutter von ihm, aber kann ja gar nicht mit drei Jahren. Genau. Das ist eine braune Stute mit einem Good Plus, sechs Good, vier Average und einem Below Average und 611 GP. Und ihr seht, ja, da ist auch ein Fuchs mit drin, Pankaree ist da mit drin, also da auch, ja, Potpourri an Farben halt eben. Und man weiß ja immer nicht, was hier gewesen ist. Das ist auch immer so ein bisschen eine Überraschung, welche Farben sich dann da ergeben. Da kann ja auch was ganz anderes bei rumkommen und da werden wir dann mal schauen. Nochmal eine braune Stute allerdings, ne, um den Unterschied klar zu machen, etwas dunkler, das Braun. Und halt eben ohne Blässe. Finde ich aber auch sehr, sehr schön. Ne, der Vater hat auch keine Blässe. Die Mama ist eine Fuchsstute. Und da haben wir neun Good, ein Average und zwei Below Average. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Mit der Konfi kann sie noch ein bisschen kommen. 595 GP, auch die habe ich erstmal dagelassen, trotz des schlechten GPs. Ich glaube aber, wenn sie in der Konfi sich nicht noch macht, dass sie eine der ersten Kandidatinnen ist, die gehen wird. Aber erstmal trägt sie in Fohlen und das darf sie auch erstmal bekommen. Dann habe ich hier den ersten richtigen Schönlink. Das ist wohl Seal Bay, nehme ich mal an. Ja, der junge Bursche hier hat sieben Good, drei Average und zwei Below Average. 611 GP und ja, Doppel E, Doppel A und die Eltern sind diese beiden hier. Und daraus ist diese wunderschöne Farbe entstanden. Finde ich echt wunderschön. Vor allen Dingen auch, er hat gar keine Blässe, nichts, keine Abzeichnen. Wobei man das nicht ganz sehen kann. Er könnte ein Sternchen haben. Aber ich glaube, das hätten die dann tiefer gesetzt. Dann habe ich hier diesen hübschen Geäpfelten. Er hat dieses Deppel, Deppel Bay oder wie man das dann nennt. Zwei Good Plus, sechs Good, drei Average und ein Below Average. 602 GP, ein E, Doppel A. Und das sind die Eltern. Ich weiß nicht, ist das Zuti? Ich habe keine Ahnung. Mit Zuti und so, das ist ja immer so ein Ding, da kenne ich mich auch viel zu wenig mit aus. Könnte sein, dass ein bisschen mit drin ist, aber ich würde es jetzt nicht beschreien. Passt natürlich zu dem Hengst, habe ich dann diese Stute direkt im Anschluss gefunden. Da habe ich gedacht, oh, das ist wie ein Wink des Schicksals. Die beiden solltest du vielleicht sogar zusammen verpaaren. Und ich meine, das hätte ich sogar getan. Ja. Genau. Die hat ein Good Plus, vier Good, sechs Average und ein Below Average. Das ist natürlich heftig. 597 GP, da bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Und das sind halt eben die Eltern von ihr. Dann haben wir nochmal hier eine braune Stute mit einem kleinen Sternchen hier oben an der Stirn. Sechs Good, fünf Average, ein Below Average, 602 GP. E, E, Doppel A. Als nächstes nochmal eine braune, aber da ist auch die Stirn anders und die Füße. Ich finde die Abzeichen übrigens wunderschön gemacht. Und auch so generell die Mähne und den Schweif, dass das so schimpfvoll ist alles. Nicht so dünne Flusen. Ja, finde ich halt wirklich schön. Ein Good Plus, fünf Good, vier Average und zwei Below Average. Ein GP von 615 und E, Doppel A. Dann habe ich hier eine, ist das Bugskin? Ja, müsste eine Bugskin-Stute sein eventuell. Ja, Bugskin hätte aber C, glaube ich, mit drin. Ist auch eine braune, hellbraune halt eben in dem Fall. 612 GP, E, Doppel A. Sieben Good, vier Average und ein Below Average. Und das sind die Eltern. Auch Fuchs mit drin. Aber sie hat sich nach dem Papa orientiert. 6 Good, fünf Average, ein Below Average hat diese hübsche Dame und das ist Pangaree, soweit ich das sehen kann. 614 GP und wir haben ein E, Doppel A. Und da ist auch eine wunderschöne Seabay-Farbe drin. Aber da ist ein Pangaree draus entstanden. Dann habe ich hier eine Fuchspangaree-Stute. Sieht so ein bisschen so aus, weil sie hier so ein bisschen den Farbverlauf hat. Und nehme ich mal an, das sind alles so Annahmen von mir. Ich kenne mich mit Farblehre und so weiter weniger aus. Da haben wir 2 Good Plus, 4 Good, 4 Average, 2 Below Average, ein GP von 602 und ein A. Und das sind die Eltern von ihr. Dann haben wir hier nochmal eine braune Stute. 2 Good Plus, 6 Good, 2 Average, 2 Below Average. Die macht sich aber nicht so gut in den Konfis. 605 GP. Ein E, Doppel A. Und das sind die Eltern. Da ist auch die Äpfelung mit drin. Vielleicht vererbt sie diese. Bei dem haben wir jetzt keine Äpfelung in der Verwandtschaft mit drin. Aber 1 Good Plus, 6 Good und 5 Average. Der hat also mal keinen Below Average mit drin. Und 614 GP. Ja, Doppel E, A. Vielleicht wird ja mal ein Rappet raus, wenn man mit ihm verpaart. Mal gucken. Bin ich sehr, sehr gespannt. Hier habe ich mal so eine schöne geäpfelte Stute auch nochmal. Mit 2 Good Plus, 3 Good, 5 Average und 2 Below Average. 621 GP. Ein E, Doppel A. Ich werde euch jetzt immer nur kurz die Eltern einmal zeigen. Wenn ihr sie sehen wollt, müsst ihr einmal stoppen. Dann haben wir hier 8 Good, 3 Average, ein Below Average. 614 GP, Doppel E, Doppel A. Und diesen wunderschönen Burschen hier mit 2 Good Plus, 4 Good und 6 Average. Auch da. Sehr schön, dass er kein Below Average hat. 606 GP, ein E, Doppel A. Stehen übrigens alle für günstige Werte halt eben in der Zucht mit drin. Dann könnt ihr halt eben nutzen. Ja, die Stute hier hat 2 Good Plus, 5 Good und 5 Average. Auch kein Below Average. Da war ich mal ganz froh, wenn das nicht mit drin ist. 610 GP, E, Doppel A. Huch. Da ist auch, oh, ist eine Flexenträgerin sogar. Muss ich auch noch mit reinschreiben für jedes Einzelne. So viel Zeit war da gestern gar nicht. Dann haben wir hier mal wieder eine Fuchsstute. 7 Good, 4 Average, ein Below Average. 590 GP. Die habe ich noch gar nicht getestet. Das machen wir dann jetzt einfach mal zusammen. Zack. Ja, Doppel A. Und ja, wildes Potpourri an Farben. Mal gucken, was bei der Stute dann als Fohlen rauskommt. Das erste Fohlen dann in diesem Video. Und eine wunderschöne, besondere Farbe. 8 Good, 3 Average, ein Below Average. 598 GP. E, Doppel A. Und ja, da. Zuti? Fragezeichen. Könnte, oder? Könnte eine Zuti-Stute sein. Lässt sich leider noch nicht genau so sagen. Weil halt eben das Prüfprogramm, was man ja nutzen kann, um mal zu schauen, wie die Erwachsenen aussehen, nicht funktioniert, noch nicht funktioniert für die Rasse. Und dann kann man das halt eben später sagen, was sie halt eben dann werden wird. Aber auf jeden Fall eine wunderschöne und die bleibt auch wirklich definitiv. Dann haben wir hier, das ist auch schön, ne? Interessante Blässe hier auf jeden Fall. Ein Very Good. Yay, die erste mit Ein Very Good. Ein Good, 4 Good. Was? Ein Good, 4 Good. Ach nee, Ein Good Plus. Mein Gott, das ist wieder dieses, ne? Das, was so ein bisschen verwirrend ist. 4 Good, 5 Average und ein Below Average. 605 GP. Ein E, Doppel A. Und dann haben wir hier einen kleinen Fuchsmann. Mit 9 Good und 3 Average. Habe ich mich auch super gefreut. Das ist schon richtig gut. Ein GP von 593. Nochmal ein kleiner Fuchsmann. Mit einem Good Plus. 7 Good, 2 Average, 2 Below Average. 608 GP. Dann hier einer kleinen braunen Stute. Ein Good Plus, 6 Good, 5 Average. 607 GP. Die habe ich auch noch nicht getestet. Gott sei Dank geht das heute schneller als gestern. Da war ja wirklich der Wurm drin, was den Server auch anging. Ein E, Doppel A. Dann hier. Also das war eine Stute. Jetzt kommt der Hengst. Die sehen sich alle sehr ähnlich. Das ist schon klar. Ach gut, 2 Average, 2 Below Average. 607 GP. Den habe ich auch noch nicht getestet. Ein E, Doppel A. Und da ist auch schon wieder. Ist das Seal Bay oder ist das jetzt Zuti? Das ist natürlich so eine Sache. Ich meine aber, es müsste eigentlich so sein. Nochmal ein kleiner Hengst. Mit 2 Good Plus, 5 Good, 4 Average, 1 Below Average. 621 GP. Da seht ihr, das GP geht so langsam mal in eine gute Richtung auch. Doppel E, Doppel A. Und dann haben wir hier eine Stute mit 625 GP. Das hatte ich hier schon reingeschrieben. Ein Good Plus, 7 Good, 2 Average, 2 Below Average. Alles die Pferdchen, die ich gestern noch spät ergattert habe. Ein E, Doppel A. Und dann haben wir hier als vorletztes nochmal eine kleine Stute. Mit 2 Good Plus, 5 Good, 4 Average, 1 Below Average. 617 GP. E, Doppel A. Und last but not least, einen kleinen Fuchsmann noch. Mit 8 Good, 3 Average, 1 Below Average. 611 GP. Und, oh, ein Flexenträger. Sehr, sehr schön. Ja, das sind meine bisherigen Errungenschaften. Wie gesagt, also es wird sicherlich der ein oder andere Mal gehen. Da wird mir auch die Konfi helfen. Wenn es Flexenträger sind oder besondere Farbenträger, werde ich sie natürlich erstmal behalten, trotz schlechter Konfi. Und werde erstmal gucken, wenn die Fohlen dann besser sind. Oder vielleicht sogar Flexen bekommen haben. Dann gehen halt eben die Eltern. So einfach ist die ganze Sache. Da muss ich halt gucken, verkaufe ich sie, lohnt sich das. Bei einem Pferd, was diese Werte hier hat, wird sich im Verkauf zum Beispiel nicht lohnen. Da freut sich dann Gisela. Da geht es dann auf die Wiese für die Pferdchen und dann dürfen die chillen. Ja, das soweit dazu. Das sind meine bisherigen Errungenschaften. Ich weiß, es sind einige. Ich habe aber das immer so gehandhabt. Also wenn irgendein Pferd in halt eben die Parks kam, dann habe ich immer erstmal gesammelt, gesammelt und später dann aussortiert und geguckt. Das ist ganz normal. Das wird sich dann auf ein normales Maß irgendwann ergeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das ein oder andere Pferdchen findet, welche euch besonders gut gefallen. Und dann sehen wir uns schon bald mit einem neuen Video dann wieder. Und vielleicht schon mit den ersten Fohlen. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kommt auch vorher schon eine Folge. Das wird sich dann ergeben, je nachdem. Wünsche ich euch eine schöne Zeit bis dahin. Bleibt gesund und munter. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Brilliant Year Year. Tschüss. Wenn ich jetzt zu sehen,